Der Gran Passione von Bertoldi ist ein Gaumenschmeichler durch und durch. Die Cuvée wurde zum Teil mit getrockneten Trauben erzeugt und dem Holzfass ausgebaut, ähnlich wie bei Marrone. Dadurch entsteht nicht nur eine üppige Nase, die jeden gleich einnimmt, auch am Gaumen ist der Wein einfach eine Sensation. Richtig konzentrierte Frucht mit einem süßlichen Kern. Wie Samt und Seide glattet er die Kehle runter. Dazu verfügt er auch über eine zarte Würze und große Eleganz. Ein Wein zum Dahinschmelzen. Vielen Dank.